Alter, übel Bock heute wieder. Und Leute, Trimax hier. Wir zocken Warzone. Wieder zu viert mit Reapers, Hanky und Chef Strobel. Double XP Weekend. Ich möchte ja unbedingt Prestigemaster kommen. Das wäre extrem nice. Das wäre Level 200. Wenn euch die Call of Duty-Videos gefallen, gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze noch kostenlos unterstützen wollt, ganz wichtig, hier im Shop L3. Und dann könnt ihr einen Kottetrader eintragen. Wichtig ist hier aber alles in Caps Lock. Alles groß geschrieben. Trimax. Und fertig ist. Kostet euch gar nichts. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Hallo, hallo. Ja. Was machen Sachen? Lasst bitte starten, bitte. Ich komme rein. Ich starte doch nur auf euch. Ich komme. Fangen wir mit Rebirth Mini Royale an. Chef Strobel und ich sind ultra pisst und tiltet von FIFA. Wir müssen jetzt einfach einmal Spaß haben. Ich möchte einfach die völlig overpowerte DMR spielen und einfach nur Leuten töten. Ich will sie einfach töten. Ich spiele seit 8 Stunden, Max. Und die einzige gute Runde, die ich heute hatte, waren 21 Killwin, als ich die DMR gespielt habe. Okay, dann spiel sie. Je mehr du sie spielst, desto schneller wird sie genervt. Hey, das ist ein guter Caller. Radier sie, die Leute rasten aus, beschweren sich und sie wird genervt. Du musst die DMR so heftig spielen, du bist der Einzige, der die ganze Zeit 30 Bombs damit macht. Du kannst die ganze Lobby zerstören. Die hören alle auf und sind pisst. Jeder spielt die Waffe und dann ist sie morgen nerf. Wenn du sie jetzt spielst. Ich halte ein paar Tausende Minus, aber hab ein super nice Video. Äh, wir sollen anscheinend ein Aimbot deiner Lobby haben, der uns Pre-Game Lobby gekillt hat, ne? Wer sagt das? Mein, ganzer Chat. Okay. Wir haben ein Aimbot deiner Lobby. Hier landen wir. Der heißt Reapers, glaub ich. Ja, Reapers und King. Oh, der ist schon da gelandet? Die sind schon da gelandet? Ich jetzt auch. Keine Waffen, ich kotze im Strahl. Keine einzige Waffe. Keine Waffe, Mann. Hier rein, hier rein. Nicht hoch jemand. Ich geh hoch, ich geh hoch. Nein, 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 die sind da glücklich. Hoch ein Warnlächeln. Ich bin unten drin. Hier unten hier einfach looten. Hab ein. Ich hab immer noch... Schüsse auf mich, auf mich, wie passt neben dir? Ich hab keine Waffe. Immer noch nicht? Ein Revolver, nein, hier liegt nichts. Jetzt hab ich eine Shotgun. Jetzt hab ich noch eine Shotgun. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Ich bin cracked. Was? Oh ne, der Typ. Den ich live machen. Bro. Ey, man, überlegen Shotguns. Ist das normal? Diese Schrott Shotguns, Alter. Das ist wirklich weird, dass wir gar nichts gefunden haben, ne? Ey, ich find zwei Shotguns. Zwei Waffen, find ich. Zwei Shotguns. Ich hiel ihn zweimal an. Wo ist der Max? Der liegt da, der ist down. Tütti, der liegt da irgendwo down. Down, down, down. Der beleidigt, der beleidigt. Sind die noch oben drauf? Wo ist Henki? Ich bin bei euch. Bitte, komm zu mir. Oh mein Gott. Hier oben ist einer Schildcrack. Down, down, down. Wie krass ist die Shotgun? Ich hab gar kein Shield, ne? Ich lande auf dem Loadout. Ich kann dir keins droppen, bro. Lande ich auf dem Loadout. Rechts gerätzt, rechts gerätzt. Da liegt Max. Hab eins. Ey, wir hatten mal eine Platte gezeckt. Deine? Ja, ich bin fool. Ach, ihr seid schon weitergegangen? Ja. Da sind unser Gegner. Wollen wir pushen, Max? Nein, nein. Da liegen noch zwei Platten am Shop, Jungs. Nein! Hier ist einer. Live, Max. Zwei tot. Ich kann mich einfach nicht hinlegen, Digga. Ey, nicht mal eine Waffe holen, Max. Ach so, sag das doch. Das ist doch ein Loadout. Was soll das für Spruhl? Ja, warum beleidigst du mich? Als Arschloch. Hol doch dein Loadout, Max. Ja, schaffe ich das? Das ist doch hier. Der ist hier drin, der ist hier drin, der ist hier drin, der kämpft hier drin. Ey, das war ein Hurensohn. Chef Strobel, wir sind eine Kindersendung. Nein, sind wir nicht. Er kämpft hier drin. Okay, das Game ist ab 18. Bro, wo kämpft der? Der ist jetzt oben drin. Ich glaube, der ist runter aus dem Fenster raus. Pass auf, ich gehe Reapers retzen. Hab keinen Bock mehr. Dummes Dreckscam. Das war ein bisschen vorzielen, Max. Nur ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen. Geil. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, no. Oh, no. Ich hasse dich. Auf lila, ne? Auf lila? Oh nein. Oh, nein. Oh, mein Tower. Oh, mein Tower. Gleich mal, gleich mal, gleich mal. Ich bin fast tot. Was soll das? Ja, der Dings, wenn ihr Max Geld droppt, kannst du mich holen. Hier kämpft jemand drin. Max, neben dir, neben dir, live Mark. Das ist der. Noch ein Chubby nicht. Was denn, auch die Diamanti. Oh, mein Gott. So schlecht. Das ist der, der nicht gesagt hat. Und, Wichser. Oh, er gibt mir einfach einen Hedge. Ich habe ihn fast bekommen. Der habe mich zum zweiten Mal jetzt getötet. Ja, das ist schön. Der ist hinter der Wand und ich bin instant dead, obwohl ich drei Platten drin habe. Weil er diese komische Diamanti-Kackwurst hat. Aber wenn du verlierst, weißt du... Oh, Sniper. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Bro, wieso komme ich nicht über die verkackte Wand rüber, Mann? What the fuck? Wir bringen dich heim. Das ist der gleiche. Keine Chance, Mann. Der tötet mich und dann... Was war das für eine Scheiße? Der kennt uns einfach alle weg, der Typ. Das glaube ich jetzt nicht, Alter. Der hat mich getötet und mich dann im Gulag getötet. Der gleiche Spieler. War das ein Abschaum, der Typ? Ich packe es nicht. Der hat einfach in einem Bett gechillt, Alter. Mit der Diamanti-Aquimbo. Hat sich nicht bewegt. Also, der hat euch alle geholt. Ja. Immer wieder. Das war der Aimbot, haben sie gesagt. Ich weiß nicht. Der hat mich getötet und war direkt mein Gegner im Gulag. Also, das war kein Aimbot, aber ich habe ihn halt gekillt dann. Okay. Wir brauchen jetzt einen Win. Wir hatten letztens von elf Games zehn gerotten. Wir brauchen heute hier einen Win und dann in den Verdansk einen Win. Verdansk. Verdansk. Let's go. Wieder alle zusammen, eng beieinander. Das ist komisch. Keiner spricht hier den Helden. Und Schleswig-Helden hält fast rund um die Uhr die Schnauze. Nur so können wir gewinnen. Genau gesehen, Reapers. Kein Waffen. Nein, bei mir auch nicht hier. Nichts. Haben die gesehen, wo er den Scheid angenommen hat? Nix. 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 Jetzt. Endlich. Du bist in Reapers. Was ist das? Ich kopfgeld noch nehmen. Komm, komm, komm. Drop mal Geld. Drop mal Geld. Wir haben das Postman-Auftrag angenommen. Man kann nur einen Auftrag annehmen. Ah, okay. Liegt. Der hat Rest auch Geld. Auch hier Geld. Wo bist du? Nach da hinten, Sadi. Sekunde. Rechts von uns, auf lila. Ah, Drohne ist gut, Drohne ist gut. Ganz viel Close. Links von uns, wie gesagt, auch ein Loadout. Das ziehe ich ohne. Ich gucke auf die Uhr, Digga. Oh mein Gott. Macht mich das zornig. What? Unglaublich. Unglaublich geil. Unten beim Auto, Full Team. Mit Loadout. Unten beim Auto, Full Team mit Loadout. Da. Einer Knock. Ja, lass den. Finne. Ich hab keinen Geist. Loadout, einfach zu dumm. Da leidet wieder einer. Hit. Hit. Die sind hinten raus. Einer K.O. Einer liegt dahinter, K.O. She cracked. Knocked. Sauber. Sehr schön. So, Chef Strobel, komm mal her. Nimm mal die beiden Waffen, die hier liegen. Ich hab dir beide hingelegt. Nimm die beide auf. Genau, hol dir Ghosts und dann nimmst du die beiden Waffen mit. Was ist dein? Oh mein Gott, was? Die schießen auf mich. Von wo? Ja, vom Dach irgendwo. 150, Richtung 150. Was geht denn? Der ist unten, oder? Ich weiß es nicht. Der ist unten, ja. Rechts unten, rechts unten. Knocked. Über mich auch, über mich auch. Ich komm zu euch. Prison ist noch voll, Jungs. Eigentlich müssen wir das Dach einnehmen. Ja. Was machen? Ihr habt Geld bekommen, oder? Ich hol ne Drohne. Und hol noch nen Präzisionsluftschlag. Hau Drohne raus. Warte. Ich lauf zu Henki. Ja, mach mal. Drohne. Du hast aber auch so'n Affen Zahn drauf. Da oben ist einer. Da ist einer, da liegt einer, da liegt einer. Da kannst du den easy töten. Der liegt da offen. Mach ich, mach ich. Ah, kein Engel von ihm. Äh, ich bin gleich dead. Da oben, hinter euch ist noch einer. Oben auf dem Dach ist clear. Ihr könnt auf dem Dach kommen. Ja. Kommt Dach, kommt Dach. Hast du den getötet, Henki? Ja, kommt Dach. Nee, der Reapers hat. Hast du den einen da geholt? Ja, kommt Dach, kommt. Ich hab Dachs clear. Links von nur so was, Reapers, ne? Unten. Ja, ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Können wir noch ne Drohne kaufen? Einer von euch Jungs? Schwierig. Ich weiß wieder nicht, wie ich hochkomme. Ich weiß wieder nicht, wie ich hochkomme. Wo bist du denn? Ja, da kommst du nicht hoch. Von da kommst du nicht hoch. Okay, das ist gut zu wissen. Hier ist auch jemand. Reupt. Down? Äh. Down ist alle shit-tracked. Noch einer, Schitz. Jeder kommt zu uns hoch. Wo? Hier. Na, mein Schatz. Äh. Was, die peeken? Ihr seid noch da? Ne, einer tot. Aber ich weiß, wie viele es sind. Für den perfekten Engel. Heli, scheiße. Heli über uns. Äh, Dings. Bin down. Hinter mir. Wo hinter dir? Wo? Was für ein Call? Shield-crack. Okay, oh. Tot einfach. Ja, ja, haben wir gut gespampt. Ich hole Chef Strobel. Ja, bei mir ist fast, Digger. Die scheiß selbe Millisekunde, wo ich retz, Digger. Ja, guck mal. Ach. Der Rest alles, Digger. Kriegt mich, kriegt mich, ja. Der hat mein ganzes Gate genommen. Ihr könnt mich aber auch retzten, Jungs. Aber die Zone kommt, das heißt, ich muss jetzt runter. Ich hab so viele Kills gemacht. Ich hab so viele Kills gemacht. Geht mir, Max, du musst doch mal bitte mit auf die andere Seite gehen. Keine Calls von Reaper. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Geh auf die andere Seite und helf dir, Max. Ruhe. Ach, Jungs, ich brauch doch Ruhe einfach. What the fuck? Ja, und Max, Max, ich sag's dreimal. Kein einziger Call. Er bewegt sich. Ey, hör mir auf, Digger. Kein einziger Call. Ich hab dir nur Ruhe gebaut. Gott, der hat alles im Griff. Nein, nicht. Geh da weg, geh da weg. Ich weiß nicht. Muss ich ja. Ist der jetzt zu Ende. Ach so, ich soll nicht mitkommen. Nein, ich soll nicht. Warum denn? Ich soll nicht mitkommen. Er sollte auf das Dach und auf der Seite gehen. Ja, ja, mir. Ja, das schon. Das schon. Ihr stand auf der ganz anderen Seite vom Dach und hat ins Nichts gezielt. Nee, ich hab richtig viele Kills gemacht. Vier Stück, guck mal. Die hab ich alle vom Dach gemacht mit der DMF15. Wir sind alle tot. Ja, das stimmt. Wir hatten die Power-Pose. Ich weiß gar nicht, auf wen wir alles gebrochen haben. Ich wollte nur Hanky rewiden. Ich wollte Chef retzen. We are going in hot. Win holen. Reapers ist krass in Warzone. Wettet aber gegen mich. Ich hasse dich. Oh, na, falscher Marker. Hier müssen wir rein. Oh, shit. Boah, ist der Strohler, das Prizeln immer Person. Das fackt mich ultra ab. Da hat immer so einen kleinen Gustavm-Dreh drin. Na, was zu, Junge. Das ist immer Pearson oder so. Kann das, sagst du mal? Geh die Treppen hoch. Nee, der Atletik sieht mich. Ja, mich auch. Hast du noch Hilfe? Christine, Kontakt, Kontakt. Die war schon mich. Hilfe! Ich hab nur ein Schild, ne? Geh weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich hab akkakur-mäßig geballert. Haben Sie denn die? Sie sind auf dem Dach. Zu zweit, zu drittst auf dem Dach. Haut ab, da, haut ab, da. Ich muss kurz platten bei der Reapers. Direkt neben euch hier reingekommen, ins Gebäude. Hab einen K.O. Wo? Unten, Colts, Colts. Unten, da? Links, links ist jetzt einer, genau. Da ist ein zweiteren Hanky. Knocked einer? Hab mich aber selbst auch getötet. Ich brauch einen Knocked. Hier, hier, hier. Ja. Let's go! Wichtig. Oh mein Gott, ich hab mich selbst gesprengt, Alter. Mit einer HP, um den zu töten. Wo liegst du da, hast du unten, oder was? Direkt unten am Drop, ja. Alles scheiße, komm weiter, komm um die Ecke hier. Du hast das Dach zu open auf dir. Ich wurde gesniped von der anderen Richtung. Ja, ich hab den, ich hab den She-Cracked. Chillig. Gut gefangen, gut gefangen. Ich wohne ein Tröntchen. Ich würde gerne aufs Prison-Dach gehen, Jungs. So, jetzt hier durch und dann hier rechts hoch. Ja, ich hab's. Sehr gut. Im Turm. Im Turm. Im großen Turm, Jungs. Wo ist noch einer in der Luft? Blinkgranate! Der Rest ist alles unter uns, oder was? Ja. K.O., K.O. Im Turm? Sehr schön, sehr schön. Können wir auch nichts machen. Dach halt halten jetzt, ne? Hinten aufpassen. Darf ich hier noch runter gucken, oder muss ich zu euch kommen? Seid ihr im Fall? Ja, ist gut. Jetzt ist auch alles gut. Das war unter des Todes. Das war unter des Todes. Aber jetzt sind auch Gegner. Ja, gönn dir. Jetzt ist ja alles in Ordnung. Hier ist auch was. Einer an Hits. Wo du auf der Baustelle unten. Da können wir wieder... Da ist die Power-Pussy. Gönn dir. Kann ich Drohne holen? Mach, gönn dir. Einer knocked. Hab'n Team Vibe. Sauber. In Prison ist noch einer. Turm halt, ne? Turmgebäude. Was? Ey, kannst du mich nur safen? Safen, safen? Ja, kann ich. Einer nach euch ist down. Danke, bro. Der hat mir Instant Headshot gegeben, oder so. Wir haben noch zwei Teams, Jungs. Schaffen wir, komm schon. Zwei Teams, fünf Leute. Hier unten was? Nehme neue Position ein. Einer down. Da unten noch was. Einer knocked da unten. Einer knocked da unten. Ich bin safe hier oben. Geh mal jemanden Hanky holen. Ich hol' Hanky. Ich hol' Hanky. Holst du ihn safe? Nee, ich wurde abgeschossen. Äh. Shell Strobel, du kannst zu mir kommen. Drei Leute tot. Ich hör' Trymax. Ein letzter, ein letzter. Redet mich hier einer. Die genatzt hier auch noch. Ich fuhre zu in der Luft. What the fuck? Ging einer oder was? Ein Einziger. Ne, die haben einen. Achso, das war der. Ich glaub, das ist ein Einziger. Ein Einziger. Habt ihr. Der wird hier unten sein, Max. Pass auf. Denk ich. Wo ist er? Ich hatte ihn. Ach da, der hat einen King-Aufgang genommen. Ja, natürlich. Der ist durchgezogen. Lauf bei ihm. Wollen wir ihn knife'n? Ja. Finisher. Stun or knife. Stun or knife. Ich hab keine Stunz. Ich hab keine Stunz. Ich hab zwei Stunz. Stun or für dir den. Nicht schießen, Shell Strobel, ne? Von hinten Messer angedrückt halten. Messer angedrückt? Schaffst du das, Shell Strobel? Ja. Wenn du es nicht schaffst, fliegst du raus aus der Party. Schade. Okay, das ist gut. Ach man, Alter. Die Animation hat nicht gegolten. Ich stand eigentlich hinter ihm. Hab ihm die Nase gebrochen. Sehr schön. Ah, okay. Hat mich dann noch angehuckt, der Penner. Da ist der Win. Das ist dein Skin. Was haben die? Was haben die? Was haben die? Ich hab's für den 0815-Skin. Die ist hier übel chillig aus. Du hast wie so ein Army-Rapper. Sag mal ruhig. 52% haben Ja gesagt auf einmal. What the fuck? Was? 52% auf einmal. Die ganze Zeit war so 20% und so. Und jetzt werden wir mal gewinnen. 52%. Wow. Das musst du doch bei Double XP übel reinschallern, oder nicht? Kein Kill? What the fuck? Wie viel schlecht? Vielleicht, wir machen jetzt Dings. Die große Map. Nee, nee. Noch einmal die. Die große Map macht viel mehr Spaß.